Ich hab' ich nicht Kriegersohn muss ja nicht alles in einem sein Aber hat auch ohne den Code funktioniert sehe ich gerade Wobei du bist Mod Das müsste man eigentlich auch so einstellen können Dass wenn sich ein Mod anmeldet Der auch das machen kann oder Ne das anmelden Bei Stream Elements Da brauchtest du jetzt den Code gar nicht für ne Weil der läuft ja bei meinem Handy der Code Ja, war ich mal für immer im Blick Achso, ja okay, alles klar Also als Killer würde ich ja jetzt schon wieder in der Krise bekommen, ne? Schwabbel würde sagen, oh oh Chat, jetzt müssen wir tunneln Also hier oben Hier ist ne Palette Der ist im Keller Natürlich nicht so gut Oha, schon der dritte Gen an Wer ist denn das? Ach das ist der Demo ist das, okay Voila, Krise, richtig Der 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 Schwabbel hätte jetzt schon wieder Voila, Krise Der 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 Ich glaub der Demo wird wütend What? Was schreibst du denn da? Lass die Palette stehen Du Ich sag sie doch immer Achso, ja ja Ich geh mal Ticket ein Eins Kannst du nicht mehr am Giveaway teilnehmen? Hä? Ohne am Giveaway teilnehmen zu können, hast du gewonnen. Das will ich auch können. Das hätte ich gerne bei Lotto. Ne, irgendwas stimmt da nicht Marvin. Nachdem sie Ticket geschrieben hat, du kannst nicht mehr am Giveaway teilnehmen. Und sie hat trotzdem gewonnen. Also das würde ich gerne bei Lotto haben. Das wäre nice. Achso, du hast das geschlossen. Das war keine Antwort. Das war auf, weil du geklickt hast. Ah, okay, I see. Ja, ja, einen Affen gewinnst du. Hahaha. Also Leute, mir ist ja egal, ob wir überleben, aber wenn wir überleben wollen, dann solltet ihr vielleicht nochmal einen Gen machen und ich versuche weiter hier Paletten zu schmeißen. Jetzt war ich noch Platz 4 Der dahinten sitzt am Gen, das ist gut Junge, chill mal Alter, der hat keinen Bock mir zu folgen Ich will doch nur Paletten umwerfen Ja, aber sie hat ja gewonnen Eigentlich müsste sie ja jetzt noch mehr haben, oder nicht? Ach nee, das Giveaway gibt ja Das ist ja kein Giveaway um Karma Voll gesetzt Bin blöd Sie ist tot Blöd Gut wie tot Wenn sie nicht aufhebt und sie schnell im Heilen ist, dann kann ich sie aufheben Kein Adrenalin Schade Damit ist sie tot Leider Okay, er hat Mori dabei Glaube ich Warum Volperding? Lass doch lieber Kaffee Extra Blatt Das ist günstiger und die Strecke ist zum Laufen genauso weit Ach man Äh, ich weiß nicht, ob es da Nachos gibt Das müsstest du vielleicht mal googeln Ach guck mal, ich habe noch ein Gegen... Ach ja, nice Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht Perfekt Nice Haben wir sogar das, äh Äh, das Daily geschafft Ruf der Krankenschwester Der Naja, drei Paletten, das kriegen wir schon noch hin So, nächste Runde So, nächste Runde So Geht um die Uhrzeit immer so schön schnell Äh, brauche ich die... Ja, komm Guardian of Time Hori und Lost Gypsy Kings Give all five Das hat nicht hingehauen, Marvin Ich glaube, das hat nicht geklappt Was du nicht sagst Okay Stoße noch drei Paletten um Sie hat einen Schlüssel dabei, die Mac Das ist eine Freundin Er hat die Karte dabei Ja, wenn die sich mal nicht kennen Was du nicht sagst Restaurant Ja Ein bisschen mehr Kontext wäre gut Ups Google Uno Skippo Mau Mau Google einfach, äh Kaffee Extrablatt Nachos oder so Oder Speisekarte, keine Ahnung Von mir aus, ähm Kann ich da auch irgendwie morgen mal anrufen Und einen Tisch reservieren Uno Moment, du meinst du Ja, ja Soll ich das machen, oder Nicht, dass wir da hinfahren Und dann ist Ende Äh, Kaffee Extrablatt Samstag Vielleicht Weil, ähm Äh Weil da sind die Ja, ich hab gesehen Äh, weil da sind die Cocktails, äh, nur 5 bis 6 Euro Ab 18 Uhr Und die Strecke zum Laufen Ist genauso weit wie die vom Wolper Ding Was hat denn der Steve hier für Komplexe Okay Ich wollte gerade sagen Hat jemand etwa den Schon aufgenommen Dann würde ich mich jetzt einfach mal opfern Vielleicht Würde ich das machen Oder Steve will sich opfern Okay Inhat Komm schon Ich muss auch ne Palette Umstoßen Naja Ich halte mich auf jeden Fall an Wenn ich überleben will An Steve und Maggie halten Allerdings Werde ich das davon abhängig machen Wie viele Paletten Ich bis dahin schon Umgeworfen habt Während der Jagd Das Licht da hinten Eine Markierung Von der Ja, mit der Karte Naja Lass mich dich heilen Oh fuck Sorry Glaubt der kommt Tut mir leid Kannst ruhig abhauen Ich mach das dann schon Äh Mit alle Oder all Sollte aber schon gehen Okay Und dann einfach ne 5 Dahinter oder so Das weißt du nicht Okay Okay So, eine Palette bräuchte ich noch Das wäre schön Hat er abgelassen? Er hat abgelassen Okay, die Markierung scheint auch nicht gewollt gewesen zu sein von ihr Bei Supermod, ich weiß gar nicht, was Supermod sein soll Ich muss mal gucken, vielleicht kann man da so Berechtigungen in Stream-Elements vergeben Eigentlich müsste man das auch so einstellen können, dass man Vielleicht kann man das so machen, dass du dann auch unter deinem Marvin-Go alles ändern kannst, weißt du? Weil du dann vielleicht irgendwie die Berechtigung halt dafür hast Der Unterschied unter Comments für Mods und Supermods kannte ich Ja, ich weiß, habe ich auch gesehen, aber Ich wusste nicht, dass das wirklich einen Unterschied macht Habe ich nicht gerade noch irgendwo den Den Würfel gesehen? Da Ich nehme den mal gleich direkt auf So, wo ist hier Das hier Und? Kommt er? Kommt er? Sieht so aus Na dann Oh, der geht, ne? Okay Der scheint aber neu zu sein auf dem Killer. Ich weiß aber auch nicht wo jetzt die anderen Gens sind, die noch nicht gemacht worden sind. Habe ich gar nicht drauf geachtet, sehen kann sein das sind jetzt 3 Gen oder so, aber das sollte ja trotzdem gehen. So gehts ja mit All, okay. Hier steht die Palette noch, genau, okay sie liegt da hinten, ui, toll. Okay das ist auf jeden Fall schon mal sein erster Hook. So mal gucken ob er jetzt hier hinkommt. Nö offenbar nicht. Rettet. Da müsste doch gleich jetzt eigentlich noch ein Gen angehen oder? Müsste ich eigentlich jeden Moment gleich noch ein Gen angehen? Ich meine was haben die sonst die ganze Zeit gemacht? Da. Da sehe ich das falsch. Und noch eine Palette vor dem Tor. Mh, er liegt. Wenn der ist nicht arm. Mh, er liegt. Mh. 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 So, sie hat auf jeden Fall schon mal den letzten Gen markiert, das ist gut, falls wir den jetzt nicht fertig kriegen. Aber, wie sollte sie eigentlich gehen? Dann hoffen wir nur mal, dass er jetzt keinen Nöt hat. Nee, hat er nicht, okay. Oh, oh, oh. Das ist so nervig, dass sie einen selbst beim Lösen unterbrechen, ne? Okay, auf jeden Fall habe ich das jetzt. Weißt du, wo die Luke ist? Auf jeden Fall habe ich das fertig. Autschi, ja. Ich glaube, er weiß, wo die Luke ist. Oh, no. War nicht nötig. Okay. Oh, oh. Schade, Steve. Ja, auch nice. Ah, nur weil wir so dumm sind. Ja, ich wollte halt auch einfach noch mal diese Palette haben, ey. Ich wollte einfach nur die letzte Palette noch mal haben. Sonst hätten wir natürlich auch alle rausgehen können. So, wenn es jetzt alle überlegt angeht, dann kann das das werden. Lauf dir mal hinterher. Ja, ich hoffe mal, du weißt, wo die Luke ist. Da hinten scheint sie zu sein, ja. All right. Dann tschüss. Ja, nice. So, bedanken wir uns mal. Weiß nicht, was jetzt mit dem letzten ist. Die Duke ist schon wieder zu, ne? Schade. Shit. Das war es dann leider für ihn. So, vier. Damit können wir auf die nächste Seite. Stufe, wie auch immer. Verdienete 50.000 Blutpunkte. Weil die die acht Embleme der Goldqualität oder besser als zu überleben da. Ja. Das können wir doch mal versuchen. Kann ich hier schon mal weitermachen. Ich finde diesen Comment nicht zu überarbeiten. Aber der ist tatsächlich da. Die selbstgemachten, da musst du oben gehen. Da ist ein Reiter. Da kannst du bei, ganz oben bei den Comments, kannst du einen Reiter wechseln. Benutzer-Definierte Comments steht da, glaube ich.